So, Rosi, weißt du eigentlich, wie die Einwohner von Burundi heißen? Die heißen nämlich Rundi. Was findest du wirklich witzig? Sag ich mal, Apfel? Du findest Apfel witzig? Aha, find ich zum Beispiel nicht witzig. Schenken Sie doch heuer eine Ziege. Um nur 30 Euro haben Sie für jemanden ein Geschenk und einer Familie in Afrika wird geholfen. Caritas, die Ziege und du. Ah!